Ich hab die App schon ein paar Mal benutzt, aber... ...das Video aus dem Netz zu leer. Nein, vergiss es. Hast du Lust auf Essen gehen oder Kaffee trinken? Ja, sehr gern. Ganz in der Nähe gibt es leckere Piroggen. So gut. Ich liebe Piroggen. Hast du heute frei? Nein, ich bin unterwegs zum Atmen. Ich hab was am Darm. Ich meine, es ist bescheidig, dass ich mich da soll. Nein! K-6-6-Ever! K-6-Ever! Ian! K-6-Ever! Ich weiß, wer schuld ist. Raus da! Die Einsatzkräfte sind unterwegs, bitte bleiben Sie ruhig. Ich weiß, wer schuld ist. Ich weiß, wer schuld ist. Ich verstehe. Ich weiß, wer schuld ist. 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 Wie eine chinesische Version von Oma von Tweedy, Vogel. Klein, leise Stimme, nett. Ich dachte ich spinne, als sie einem Grauner das Gesicht mit dem Fleischerbei zertrümmert hat. Okay. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Vom! Alli! Vom! Olhe in Volta! Ich kann nichts hören! Da ist jemand! Oh! Sag uns ein Bruder, dass er tot ist!